Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 19. bis zum 25. Februar. Meine Lieben, wollen wir doch mal schauen, was auf uns zukommt in dieser Zeit vom 19. bis zum 25. Februar. Was geschieht? Liebes Universum, was geschieht in dieser Zeit? Ein Problem löst sich auf. Das hört sich sehr gut an. Also es könnte sehr gut sein, dass etwas, was dir Bauchschmerzen bereitet oder irgendwas, was dich nervt, sich auflösen wird. Beziehungsweise ein Problem, worüber du schon länger nachdenkst und dich fragst, wie du das jetzt lösen kannst. Oder wie kannst du das lösen? Und da gibt es einfach eine Lösung in dieser Woche. Es könnte zum Beispiel ein Rat sein, den du bekommst oder es löst sich auf einmal auf. Irgendein Termin, auf den du keine Lust hast oder der dir Bauchschmerzen bereitet, wird abgesagt. Oder irgendetwas, was nicht läuft, läuft dann auf einmal. Also es kann verschiedene Gründe haben, warum sich das auflöst oder warum es ein Problem gibt. Aber, das hört sich doch schon mal gut an, ein Problem löst sich auf. Und jetzt wollen wir direkt mal weiterschauen, was wir hier sonst noch bekommen. Eine Sorge weniger kriege ich gerade rein. Das hört sich doch gut an. Jungfrauenergie. Es könnte hier um Heilung gehen. Es könnte darum gehen, dass du mit deiner Ernährung beschäftigt bist oder mit den Themen Gesundheit beschäftigt bist. Vielleicht geht es darum, dass du in dieser Woche dich stärker damit auseinandersetzt, was du isst, welche Gewohnheiten du hast, welche Rituale du hast. Das, was du täglich tust. Es könnte auch hier um deine Arbeitsweise gehen. Ja, wie du arbeitest oder die Zeiten, an denen du arbeitest. Vielleicht geht es hier darum, etwas umzustrukturieren, etwas zu verändern, neu zu planen, umzuplanen. Es kann hier auch um den Alltag gehen, also die Dinge, die du im Alltag erledigen musst. Ich habe das Gefühl, dass sich hier was auflöst, also dass vielleicht sogar hier eine Hilfe reinkommt. Vielleicht macht es etwas leichter im Alltag oder bei deiner Arbeit. Zum Beispiel gibt es ein neues Programm und das erleichtert dir sehr, sehr viel bei deiner Arbeit. Oder es gibt eine neue Person und die hilft dir und unterstützt sich bei deiner Arbeit. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich nehme auch stark den Aspekt der Gesundheit und Ernährung wahr. Also könnte das auch etwas sein, womit du stark beschäftigt sein wirst in dieser Woche. Dass du mal schaust, was isst du, wie sind deine täglichen Gewohnheiten, wie sieht es mit Sport aus, etc. Das sind solche Sachen, die mir hier kommen. Wir schauen weiter. Vom 19. bis zum 25. Februar. Du wirst etwas sehen, du wirst etwas erkennen. Ich glaube, du prüfst auch etwas ganz genau. Die Jungfrauenergie ist ein sehr analytischer Verstand oder eine sehr analytische Energie. Die schaut sich die Dinge ganz genau an. Und hier in dieser Karte sehe ich das auch immer, dieses etwas observieren, prüfen, sich genau anschauen. Es könnte aber auch sein, dass du einen Perspektivwechsel bekommst. Also wie du die Dinge siehst. Du siehst sie auf einmal aus einer anderen Richtung oder aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass du in dieser Woche etwas wird leichter. Ja, also dass du für irgendein Problem eine Lösung findest, die praktisch ist. Oder du bekommst Unterstützung oder du siehst auf einmal was anderes. Es könnte auch sehr gut sein, dass dir jemand einen anderen Blickwinkel in Bezug auf dein Problem gibt. Manchmal ist es ja so, wenn wir ein Problem haben, dann sind wir so nah da dran und wir kreisen darum und wir finden keine Lösung. Und wir zerbrechen uns den Kopf. Wir sind wie gefangen. Und sobald wir das jemand anderem erzählen, vielleicht auch jemand, wo wir über sowas vorher nicht gesprochen haben, eine Person, die vielleicht auch ganz anders eingestellt ist. Und dann auf einmal ist es ganz leicht. Dann sagt dir die Person, hey, sieh das doch mal so und so. Du kannst doch das und das machen. Und du denkst, wow, darauf bin ich ja gar nicht gekommen. Also es könnte sehr gut sein, dass du jemanden haben wirst, der dir irgendwie einen anderen Blickwinkel auf etwas gibt. Und dadurch löst sich ein Problem schon auf, weil du es einfach anders betrachtest und anders siehst. Und erkennst, oh, warum bin ich nicht früher schon darauf gekommen? Dann hätte ich das ja schon längst erledigen können. Manchmal sind wir ein bisschen blöd. Ja, wir haben dann so ein Brett vor dem Kopf und sehen das nicht, weil wir in unseren gewohnten Mustern drin sind, in unserem Alltäglichen, so wie wir es immer machen. Und dann bringt eine andere Person, die anders ist als wir, da mal frischen Wind rein und kann uns auch eine andere Perspektive bieten und uns bereichern. Ja, so schauen wir jetzt mal weiter, was wir hier noch haben. In dieser Woche vom 19. bis zum 25. Februar. In der Woche vom 19. bis zum 25. Februar. Sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue, das Licht kehrt immer zurück. Es könnte sein, dass du in dieser Woche vielleicht ein paar dunkle Tage hast, dass du ein bisschen melancholisch gestimmt bist, dass dich etwas vielleicht irgendwie belastet oder du etwas schwierig siehst. Mir fällt jetzt die astrologische Vorschau ein. Schaut euch die nochmal an. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Minute, aber guckt mal so ab Mitte des Videos. Da glaube ich, fange ich dann auch an, darüber zu sprechen. Wir werden in dieser Woche eine Venus-Mars-Konjunktion im Wassermann haben und wir nähern uns dem Vollmond in der Jungfrau. Und da sind auch ein paar, Jungfrauenergie, da sind auch ein paar Konstellationen, die ein bisschen schwierig sind. Also schaut euch das nochmal an, um euch da so ein Energie-Update zu holen. Das Video werde ich am Ende des Videos verlinken. Ansonsten schau einfach bei Astrologie Vorschau hier auf meinem Kanal bei den Playlists. Also es könnte hier so eine Phase geben, wo es ein bisschen schwieriger ist, aber ich glaube, dass du eine Lösung findest oder dass du da drüber stehst. Ich habe so das Gefühl, du, auch hier, sie steht hier erhöht auf diesem Felsplateau. Und hier geht es um den Blickwinkel. Und hier steht sie, so wie bei den sieben der Stäben, über etwas drüber. Also sie ist in einer guten Position. Und hier geht es ja darum, Vertraue, du bist über die dunklen Tage erhaben. Also du bist in einer guten Position. Ich habe das Gefühl, du bist in irgendeiner Angelegenheit auf dem Weg der Besserung. Die Dinge verbessern sich. Eine schwierige, dunkle Phase geht langsam zu Ende. Ein Problem löst sich auf. Einfach dadurch, dass du jetzt die Dinge vielleicht auch aus der Distanz betrachten kannst. Du hast jetzt etwas hinter dich gebracht und du kannst jetzt zurückschauen und reflektieren und darüber nachdenken und dir überlegen, okay, was war los, was hätte ich besser machen können, was ist das, was ich daraus ziehe und so weiter und so fort. Wie soll es jetzt weitergehen? Also ich habe wirklich das Gefühl, man lässt nochmal etwas Revue passieren. Man schaut nochmal drüber. Man überlegt sich nochmal was und macht dadurch auch etwas leichter. Ja, es könnte sein, dass du vielleicht ein bisschen auch kritisch bist in dieser Woche, aber vielleicht ist ein kritischer Blick auch gut, je nachdem, wie die Einstellung auch ist. Wenn du jetzt überkritisch bist, dann ist es was anderes. Aber hier habe ich das Gefühl, man guckt jetzt nochmal genau, man überlegt sich nochmal genau und kann jetzt besser damit umgehen. Mit was auch immer das, was das ist. Ja, vielleicht hast du in Bezug auf etwas viel darauf hingearbeitet oder viel getan. Die Arbeit ist erledigt oder die Herausforderung ist man angegangen und jetzt kann man sich überlegen, wie soll es weitergehen? Ist eine neue Strategie fällig? Ja, wie sieht es aus? So, wir werden jetzt mal das Tarot hinzuziehen. Und ich hätte gerne eine Hauptkarte, eine Hauptenergie für diese Woche vom 19. bis zum 25. Februar. Eine Hauptenergie hätte ich gerne. Wir haben die vier der Münzen. Es geht um Sparsamkeit, Zurückhaltung. Es könnte auch sein, dass es hier darum geht, an irgendetwas... Okay, also, übe dich in Zurückhaltung in Bezug auf etwas. Also, Zurückhaltung ist ein großes Stichwort, was mir hier kommt. Vorsicht ist eine Sache. Ich glaube, du könntest hier auch vorsichtig sein in Bezug auf etwas. Das Problem könnte finanzieller Natur sein oder es könnte mit Struktur zu tun haben. Ich habe das Gefühl, dass das so mit Planung zu tun hat, Strukturieren, irgendwelche festen Rituale oder feste Gewohnheiten. Weil die vier der Münzen, das ist auch ein Zustand, wo etwas festgelegt ist. Ja, das ist ein fester Zustand. Das ist ein stabiler Zustand. Und vielleicht auch mal gucken, wo ist man zu festgefahren und sich da einen neuen Blickwinkel holen. Wo bist du zu festgefahren? Wo hältst du an etwas fest, was du nicht brauchst? Wo könntest du flexibler sein? Wo könntest du dich mehr öffnen? Wo bist du zu verschlossen? Oder wo könntest du mehr sparen? Wo könntest du dich mehr in Zurückhaltung üben? Das sind alles so Stichworte, die bei den vier der Münzen fallen. Ich glaube, hier geht es um eine neue Struktur. Hier geht es um eine neue Basis, eine neue Grundlage. Problemlösung. Wie geht es hier in der Woche los? Beziehungsweise wie läuft es hier? Gut, wir haben gleich schon drei Karten. Gleich schon die Hälfte hier bekommen. Fünf der Münzen. Zehn der Münzen. Das ist ja hier ein Kontrast. Und der Herrscher. Also tatsächlich, ich glaube, es geht hier von Mangel in die Fülle. Und das kann auf unterschiedlicher Basis sein. Vom Mangel in die Fülle kann bedeuten deine Energie. Mangel der Energie in voller Energie. Kann mit deinen Ressourcen zu tun haben. Wo ist zu wenig? Wo könnte es mehr sein? Könnte aber auch mit dem Selbstwert zusammenhängen. Wo bist du zu sehr im Mangel gefangen? Was hält dich da zurück? Wo bist du vielleicht auch zu geizig? Das bekomme ich gerade auch rein. Also es könnte sehr gut sein, dass du hier eine größere Investition machst. Und du fragst dich, okay, ist es das wert? Es geht um eine Entscheidung. Der Herrscher ist hier. Es könnte mit deiner Selbstständigkeit zusammenhängen. Also unabhängige, selbstständige Entscheidungen. Ein selbstständiger Beruf. Oder vielleicht ist der Herrscher auch ein Chef. Und es geht hier um finanzielle Angelegenheiten, die man klärt mit einem Chef oder einer Chefin. Vielleicht geht es auch hier um berufliche Angelegenheiten. Wie du dein Geld strukturierst. Oder wie du mit dem Geld umgehst. Zum Beispiel das, was du verdienst. Da zu planen, okay, für was kann ich das ausgeben? Wo sind deine Ausgaben? Wo gibst du vielleicht Geld aus, was du dir sparen könntest? Ich weiß, das sind sehr, sehr viele Fragen. Aber betrachte das als Anregung. Das sind Impulse, die ich dir gebe, die du dir selber stellen kannst. Und da sind vielleicht auch sehr wichtige Fragen dabei, mit denen du dich auseinandersetzen solltest oder könntest. Ja, du musst nichts tun. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen Sparsamkeit könnte hier gar nicht mal so verkehrt sein. Für die eine oder andere Person hier ein bisschen mehr Struktur in den Finanzen. Ein bisschen bessere Planung. Was hat wirklich Priorität? Ja. Also du schaust dir deine Werte an, deinen Besitz an, deine Finanzen an und da wird was geändert. Da strukturierst du. Es kann aber auch sehr gut sein, dass du in dieser Woche eine größere Ausgabe hast. Aber gleichzeitig geht es um eine größere Einnahme. Also vielleicht hast du beides. Vielleicht hast du beides. Der Mangel wird aufgefüllt. Vielleicht geht es darum zu planen. Wie fülle ich den Mangel auf? Der Herrscher, der plant, der strukturiert. Beim Herrscher geht es um Verantwortung. Wie kannst du das planen? Und ich glaube, du planst da so ein bisschen tatsächlich deine geschäftlichen Angelegenheiten. Dein Geld, deine Finanzen, deine Energie, die du in bestimmte Projekte steckst. Ja, das ist das, was ich hier bei dir sehe. Da ist ein bisschen Planung angesagt. Guck dir mal deine Finanzen an. Ich habe das Gefühl, du kannst da noch was besser strukturieren. So fühlt sich das hier für mich an. Schauen wir doch mal weiter. Das Universum. Das Universum ist die Welt. Du kommst hier an ein Ziel. Ich habe das Gefühl, du... Also einerseits könnte das Universum, also die Welt, eben auch anzeigen, dass du auf ein Ziel hinsparst oder hinarbeitest. Das könnte auch eine Reise sein. Es könnte aber auch irgendein Ziel sein. Ja, was du persönlich hast. Wie steht es hier um deine langfristigen beruflichen und finanziellen Ziele? So fühlt sich das hier für mich an. Aber auch, wie kannst du dir Gutes tun, langfristig gesehen? Was sind da deine Ziele? Weil gerade auch die 5 der Münzen und die 10 der Münzen, das ist auch für mich der Selbstwert. Was ist es dir wert? Was willst du verbessern? 10 der Münzen, das ist völlig aufpoliert. Da glänzt alles. Da ist man in der Fülle. Und 5 der Münzen, das ist Mangel, Krankheit, zu wenig. Ja, irgendetwas nicht genug. Hier geht es darum, wieder was aufzupolieren oder zu verbessern. Deswegen glaube ich, das ist gar nicht mal so verkehrt, was ich hier gesagt habe in Bezug auf die Jungfrau. Also auch deine Gesundheit und deine Essgewohnheiten werden hier auch eine Rolle spielen. Generell so deine ganzen Rituale, deine ganzen Ausgaben, alles, wo deine Energie hingeht. Ich glaube, hier geht es um so eine komplette Umstrukturierung in deinem alltäglichen Leben. Beruf betreffend, Finanzen betreffend, Gesundheit betreffend, Ernährung betreffend. Einfach, dass es dir besser geht. Die Jungfrau ist daran orientiert, die Dinge zu verbessern. Und das ist dein Anliegen hier. Die Situation verbessern, an ein Ziel kommen. Hier muss irgendwas aufpoliert werden. Hier muss was verbessert werden. Und das wirst du tun. Ich glaube, du bekommst auch die Zeit, um dir wirklich darüber Gedanken zu machen. Oder du nimmst dir die Zeit, um dir wirklich darüber Gedanken zu machen. Vor allem, was sind auch deine Ziele? Wo willst du hin? Was ist der Zweck von dem Ganzen? Ich weiß, ich wiederhole mich, das sind sehr, sehr viele Fragen. Aber ich werfe diese Fragen hier bewusst rein. Weil das sind die Fragen, die du dir stellen solltest. Und das ist auch das, wo du einen Blick drauf werfen solltest. Schauen wir weiter. So, die vier der Stäbe. Das sieht sehr gut aus, weil hier öffnet sich was. Eine Tür geht auf. Welche Tür geht auf? Das wirst du wissen, welche Tür das ist. Die vier der Stäbe. Entschuldigung, falls ich jetzt vier der Münzen gesagt habe. Ich weiß das jetzt nicht, weil ich habe gerade diese Karte angeguckt. Aber das sind die vier der Stäbe. Die vier der Stäbe sagen, dass man irgendwo ankommt. Hier kann es um das Zuhause gehen. Auch der Krebs spricht dafür. Angelegenheiten rund um das Thema Zuhause. Die vier der Mü... Meine Güte, vier der Stäbe können aber auch ein Ankommen sein in irgendeinem Ziel, was du hast. Jemand könnte dich willkommen heißen. Du könntest einsteigen in irgendein neues Projekt, eine neue Firma, irgendeine Angelegenheit, wo dich andere willkommen heißen. Also du kommst irgendwo an und da ist die Tür auch offen. Vielleicht öffnet sich hier ein Türchen in dieser Woche, worauf du gewartet hast. Und du planst und du schaust jetzt, will ich durch diese Tür hier durchgehen. Du guckst dir das an. Jemand könnte eine Wohnungsbesichtigung haben in dieser Woche. Das bekomme ich gerade noch ein. Jemand könnte eine Wohnungsbesichtigung haben. Oder eine Besichtigung von einem Arbeitsplatz. Das bekomme ich gerade auch ein. Interessant. Wir schauen weiter. Oder die Besichtigung vom Konto. Das kriege ich gerade auch noch. Okay. Gut, dann hätten wir das geklärt. Letzte Karte. Liebes Universum. Gleich zwei. Warum hatte ich das im Gefühl? Die fünf der Kelche und die drei der Kelche. Was ist das denn? Okay, hier ist ein großer Widerspruch. Irgendetwas wird ein Verlust sein und etwas anderes wird ein Gewinn sein. Ist das nicht spannend? Du wirst in dieser Woche einen Verlust haben und du wirst einen Gewinn haben. Vielleicht ist ein Verlust sogar schon ein Gewinn, weil etwas nicht klappt. Er weist sich das als etwas sehr Positives heraus. Er weist sich das als etwas sehr Positives. So, also eine Sache funktioniert nicht. Du bekommst vielleicht eine Absage in Bezug auf etwas. Du bekommst vielleicht eine schlechte Nachricht oder du bist traurig in Bezug auf etwas. Aber ich habe das Gefühl, dass das ein Glücksfall ist. Also, dass du dankbar dafür sein kannst, dass das nicht klappt. Und ich finde es auch so interessant, dass hier auch eine Tür ist. Vielleicht ist das die Tür, die man nicht braucht. Weil mir kam gleich sofort hier bei dem Federstehen, willst du durch diese Tür gehen? Eine Tür steht dir offen, aber du fragst dich, ist es das? Willst du das überhaupt? Ist das das, was du willst? Ich weiß, schon wieder viele Fragen, aber das sind genau die Fragen, die du dir stellen wirst. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ich gebe euch sonst immer sehr viele Antworten und haue das raus. Aber hier habe ich wirklich so das Gefühl, du prüfst und du stellst dir bewusst Fragen. Und das ist auch gut so, weil du nämlich so auch ein Problem löst. Du wirst etwas erkennen, du wirst sehen, Mensch, ja klar, klar, dass das nicht funktioniert. Oder klar, dass das nicht das ist, weil eigentlich will ich das gar nicht. Weil irgendeine Sache willst du hier nicht. Irgendeine Sache wird hier nicht laufen. Und es könnte sein, dass du vorübergehend traurig bist. Hier, sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue. Das Licht kehrt immer zurück. Das erweist sich als Glücksfall. Du siehst das vielleicht nicht. Du siehst nicht und du denkst, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich wollte doch, dass das klappt. Für dich habe ich die Message. Es ist gut, dass es nicht geklappt hat, weil etwas ist hier nicht okay. Und du siehst das vielleicht auch noch nicht. Vielleicht siehst du es später. Vielleicht, wenn du nochmal drüber nachdenkst, weißt du, ah ja, eigentlich ist es ganz vernünftig, dass das nicht geklappt hat. Oder dass ich das nicht genommen habe. Oder dass ich da kein Geld reingesteckt habe. Weil, keine Ahnung, sonst wäre dies oder jenes passiert. Und das ist ein Glücksfall. Es ist ein Glücksfall, dass das hier nicht funktioniert. Also, du bist in dieser Woche weise. Die Probleme lösen sich auf. Du erkennst die Dinge. Du siehst es. Und du stehst drüber. Das ist hier nochmal so eine richtig gute Woche, um nochmal zum eigenen Standpunkt zurückzukehren. Und zu erkennen, wie soll es jetzt weitergehen. Was brauchen wir für die Zukunft nicht mehr. Was wollen wir verändern, damit wir einfach effizienter mit unserer Energie umgehen. Damit wir hier die Ressourcen in das Richtige stecken. Was wir wirklich brauchen. Und was wirklich nützlich ist. Und was wirklich unsere Situation verbessert. Das ist das, worum es gehen wird in dieser Woche. Und meine Lieben, falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu auf meiner Homepage vorbei. Astrologie oder Tarot. Du entscheidest, was das Passende für dich ist. Und ansonsten kannst du auch schriftliche Horoskope bei mir bestellen. Ja, schau sie dir vorher an, ob das passend für dich ist. Da gibt es auch Beispielhoroskope. Alles, was du wissen musst, alles, was du brauchst, findest du unten in der Infobox verlinkt. Ich sage vielen Dank für die Unterstützung. Für das kostenlose Abo. Den Daumen hoch, den lieben Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.